Das ist Radio mit Kav und Steffen und Felix. Steffen, hey, läufst du? Läufst du, Steffen? Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe im Radio. Wir laufen im Radio. Kennst du noch den coolen Stopp von der Smashing-Band-Kraft-Club? Wann machen die wieder was? Wann bringen die wieder ein Album raus? Wann machen die irgendwann wieder was? Ich habe jetzt nochmal so einen Post bei Instagram, bei der Kraft-Club-Seite rausgehauen. Ich wollte irgendwie so schreiben, ja Leute, bis da und dahin ist mir aufgefallen. Ich weiß überhaupt nicht, bis wann. Nö, das weiß keiner. Ich wollte aber auch nicht so zum hundertsten Mal schreiben, dass wir eine Pause machen und dann machen wir doch keine Pause. Ey Leute, das ist ganz dramatisch. Ich war letztes Mal hier in Dresden gespielt und unser eporales, großes Abschlusskonzert der Cargo-Season im letzten September. Und ich war auf der Bühne so, ja Leute, wir machen jetzt erstmal eine Pause, keine Ahnung. Und dann so gefühlt zwei Tage später so, ja, also wir spielen jetzt in Mexiko, so eine kleine Tour. Das zählt ja nicht, also richtig, ich sag mal für die Dresdner. Aber dann haben wir ja doch nochmal jetzt irgendwie gesagt, diesen Sommer spielen wir so ein paar Konzerte, das zählt eigentlich gar nicht. Wir spielen nur eins in Deutschland, eins in Österreich, eins in der Schweiz. Aber das haben wir ja in den letzten Folgen schon ausgewählt und dann hat sich das doch irgendwie angefühlt wie so ein halber Festival, sag mal hier. Aber schön war es. Aber jetzt weiß ich wirklich, diesmal wirklich, diesmal echt, Leute, wir wissen jetzt wirklich nicht. Es ist zumindest nichts geplant, wenn jetzt nicht wieder irgendeine Band uns einlädt und ihr Land zu besuchen, dann... Ja, kleiner friendly Hinweis, ne, an hier Maneskin oder so, könnt ihr uns ja mal auch einladen. Da machen wir schon mal eine Ausnahme. Italien reizt mich nicht so, aber klar, wenn die fragen... Italien würde dich nicht reizen? Naja, doch, ich würde überall... Spielen ist ja immer noch was anderes. Italien haben wir zum Beispiel... Doch, in Italien, Felix, haben wir schon mal gespielt. Ihr schreit ein Kind, Ruhe! Die... Wir haben mal in Südtirol gespielt. Ah, okay. Es gibt ja viele, die erkennen das nicht als Italien an. Es ist aber Italien. Es gibt andere Bands, die wollen es nicht wahrhaben, dass es eigentlich Italien ist. Da haben wir schon mal gespielt, stimmt. Für welche Band würdest du nochmal in ein anderes Land? spielen? Für welche Band würdest du nochmal ein anderes Land spielen? Äh, 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 naja, das setzt ja voraus. Also man braucht ja dann quasi so eine Band, die ähnlich lokal ist wie wir in Deutschland. Weißt du, weil es ist ja jetzt, wenn ich jetzt sage so Arctic Monkeys, das ist ja, okay, die könnten ja aber auch genauso gut in Deutschland spielen. So, das ist ja... Weißt du, was ich meine? So, dass dann spielt man mit denen dann irgendwo auf ihrer Welttour mäßig, aber... So, wen hättest du Lust, der mal fragen könnte? Vielleicht hört's da ja jemand vielleicht... Na, ich fänd schon, ich fänd schon wirklich, mir fällt ja jetzt leider kein Beispielgutes ein, aber ich fänd schon wirklich sexy, wenn jetzt eine japanische Band, irgendjemand hat einen Cousin oder so. So, der sagt, der kennt zufällig jemand, der oder die in Japan in einer, quasi so, dass die Kraftklub von Japan sind. Mhm. So, ich kenn die jetzt nicht, so exotisch müssen die sein, dass ich das jetzt nicht mal irgendwie auf dem Schirm hab. Und die würden dann sagen, ey, wir fänden's funny, wenn wir quasi eine deutsche Band, weil wir sind so splenig, so, ich würde gerne eine deutsche Band auf unsere Japan-Konzerte einladen. Also so ähnlich, wie es eben war in Mexiko, wo eine mexikanische Band uns auf ihre Mexiko-Konzerte eingeladen hat. So als Exoten. Genau, als Exoten, weil es macht ja gar keinen Sinn, also weißt du, weil der normale Weg ist ja, so machen wir das ja auch ehrlich gesagt voll oft, weißt du, wir spielen in Kiel und fragen dann, hey, Leoniden, wollt ihr zur Show kommen? Das ist natürlich für die Kielerinnen und Kieler jetzt so, ja, okay, die kennen wir ja, die sind ja aus Kiel, das ist für die jetzt nicht so der Übelste. Weißt du, wenn jetzt eine mexikanische Band nach Deutschland kommt und uns fragt, ob wir dann mit denen spielen wollen, dann ist es ja auch jetzt so für die Deutschen so, ja, okay, das ist ja eine deutsche Band. Also, weißt du, ich meine, man muss ja quasi diesen weirden Twisting kriegen, dass eine mexikanische Band in Mexiko spielt und dann sagt, ey, wollt ihr mitspielen? Und wenn sowas in Japan passieren würde, da wäre ich voll in, oder in Südkorea oder so. Ja, oder, also ich, die hast du mitbekommen, dass die Hives, die machen gerade mit Viagra Boys, haben die so ein Konzert gemacht und dann drumherum auch so einen gefakten Beef gestartet und sowas. Darauf hätte ich, glaube ich, auch Lust gehabt, so mit Hives rum. Viagra Boys, kenne ich nicht. Das ist auch, glaube ich, eine schwedische Band. Die sind auch sehr groß und die haben jetzt mit dem Hives quasi, haben die so, auch so Videos gedreht, wie die sich so gegenseitig so ein bisschen veräppeln und sowas. Es ist eigentlich ganz... Ey, apropos groß, Steffen, wir waren ja, wir haben ja in der letzten Folge... Du musst auf Toilette. Wir haben ja erzählt von unserem Auftritt beim Lido Sounds Festival in Linz und wir waren davor, an dem Tag drüber, waren wir ja davor in so einem Seebaden dort. Ey, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Warnung, Trigger, Warnung. Und dann schickt Till uns so einen Zeitungsartikel, dass ein Tag, nachdem wir in diesem See baden waren, hat dort irgend so ein Hobby-Karpfenangler einen 2,17 Meter großen Wels rausgezogen. Das ist meine absolute größte Verständigung. Und vor allem haben sie dann so beschrieben, wie dann so Badegäste so gesagt haben, so, ja, ich gehe heute auf gar keinen Fall nochmal ins Wasser und so, nachdem die gesehen haben, was sie da für ein Vieh rausgezogen haben. Der hat irgendwie zwei Stunden mit diesem Wels gekämpft, um den irgendwie rauszuziehen. Ich habe hier irgendwie 400 Meter, 400 Meter Angelschnur auf der Kurbel gehabt, 200, hat er mir schon abgenommen. Ich habe zwei Stunden mit dem gekämpft, Alter, mit so einem übelsten Monstrum, Alter. Alter, ich habe das gelesen und war so, nein, es kann nicht sein, weil es ist schon so ein bisschen so eine Seeskepsis, die ich dann auch manchmal habe. Ich bedenke, oh, was könnte da für Wesen sein, ihr Unheil treiben. Und dann, wir waren da beim Lido, das Püchlinger See hieß der, glaube ich, Püchlinger. Und der See war auch nicht besonders groß, muss man sagen. Da ist ja auch jemand von einem zum anderen Ufer hin und zurück geschwommen. Das hat nicht lange gedauert von uns. Das ging ja, der war nicht groß. Und jetzt zu wissen, wir haben da munter, fröhlich da rumgeplatscht und dass da so ein Monster im Wasser war. Das ist ja wirklich zwei Meter Wels. Der beißt ja ein ganzes Huhn, das schreiende Kind, was bei dir gerade im Hintergrund war. Haps, in einem Haps ist es weg. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch so eine ganz tiefe Urangst in einem drin, oder bei mir zumindest. Nachdem ich so als Kind mal so einen Comic gesehen habe, da siehst du quasi so ein, das war, glaube ich, nur so ein Bild, wo du so ein Kind siehst, was so ins Wasser reinspringt. Und du siehst quasi das, als Betrachter des Bildes, siehst du das, was das Kind nicht sieht. Und zwar, dass unter der Wasseroberfläche halt so eine Spitze rausragt, sozusagen. Also, dass der quasi direkt im Begriff ist, auf so eine Spitze draufzufallen. Und das war früher immer die totale Angst, dass man so, man ist halt, wir sind ja ständig... Auf so ein Hai springt. Wie bitte? Dass auf so ein Hai springt. Wir sind ja ständig so von irgendwie von Brücken, von Bäumen, irgendwie ständig in irgendwelche Gewässer reingehüpft. Und pflichtbewusst hat man das so vorher so abgetaucht und hat so ein bisschen geguckt, aber hat immer so diese Restangst, dass man ja nie genau weiß, was ich in so einem Gewässer so unten... Da gab es immer so Geschichten von, einer ist da irgendwie querschnittsgelähmt gewesen, weil er da so reingesprungen ist oder irgendwas. Ich weiß ja mal gar nicht, ob das dann so wirklich stimmte oder ob das so ein urbaner Mythos war, aber das hat sich auf jeden Fall sehr gehalten, dass man immer so dieses... Das, was sich unter der Oberfläche befindet, dass man da so eine große Skepsis dafür hat, aber... Ja, also das ist meine absolute Horrorvorstellung. Es gab ja mal den Vorfall, ich weiß nicht, bei Berlin, Weißensee, nee, wie heißt es da? Weißensee, gibt's das? Es gibt Berlin-Weißensee, ja, aber es gibt... Oder... Der Mögelsee. Irgend so ein See bei Berlin... Heihalarm. Ja, Mögel, Mögel, Heihalarm auf Mögelsee, nee. Da hatten Wels schon mal einen Schwimmer, ganz doll halt so, die haben ja auch Zähne und so, die haben einen riesen Mund und so einen Oberschenkel gebissen. Und Alter, du schwimmst dann in so einem Süßwassersee in Brandenburg und da beißt dir so ein riesen Vieh in deinen Oberschenkel. Das wäre nix für mich. Das ist geil. So richtig pünktlich zur Badesaison ist die Folge auf jeden Fall. Kennst du die... Es gibt so ein Internetvideo, wo es so bei Paddlerinnen, also ein Paddelboot, und dann kommt von unten einfach so ein riesen Wal und verschlingt die samt Paddelboot. Da spuckt die dann sofort wieder aus, aber das ist auch so was... Das passiert doch nicht in echt. Ja, hau mir alles mal bei uns in die Story, versprochen. Ja, genau. Habe ich dir mal erzählt von dieser Situation? Ich glaube, da waren wir sogar zusammen, dass wir so... Wir sind ja auch immer mal in so Freiwäder eingebrochen nachts im Hochsommer. Und dass ich da quasi auch... Man weiß ja nie genau, wie ist das mit dem Wachschutz und so. Man muss ja so ein bisschen sich beeilen. Das ist ja nicht wie ein normal Tagsüber ins Freibad gehen. So, man ist ja schon ein bisschen... Und ich weiß noch, ich bin da so hochgewetzt auf diesen Sprungturm, bin vorgeflitzt, gesprungen und habe dann im Flug... Ist da Wasser drin? ...nach unten geguckt. Und hatte so eine Sekunde diesen Gedanke, Alter, ich sehe hier sich nichts bewegen. Weißt du, und ich habe für eine Sekunde gedacht, Alter, ich bin jetzt hier gerade wirklich ohne zu testen in dieses Becken reingesprungen, einfach in der Annahme, dass da Wasser drin ist. Ich habe vorher null das nachgeprüft und fliege und dann war Wasser drin. Aber ich weiß noch, wie es mir da in den Bauch gezogen ist, Alter. In dieser halben Sekunde, die ich in dem Flug mir nicht sicher war, scheiße, ist da Wasser drin? Das werde ich nie vergessen. Schrecklich. Ich glaube auch zum Beispiel, wenn ich Bungee springen würde, ich weiß ganz genau, dass ich in dem Moment, wo ich abspringe, bevor das Seil greift, dass ich denke, irgendwas geht schief. Ich würde in dem Moment wirklich Todesangst bekommen. Und deswegen will ich das nicht machen, weil ich habe keinen Bock mehr, so eine echte, ich werde jetzt sterben, Gefühl mir zu verpassen. Ja, aber das ist ja auch das, das ist ja aber auch ein bisschen gleichzeitig das Erhabene daran, dass du es dann quasi, dass du dann geschafft hast, genau dieses, ich werde sterben Gefühl, so zu über, also weißt du, das zu überwinden. Und das quasi gegen deinen eigenen Körper zu gewinnen, gegen die eigenen Instinkte, der Intellekt setzt, haben wir das, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal, dass sich quasi der Intellekt durchsetzt, gegen den Instinkt in dir. Ja, ich bin ganz froh, dass ich den Instinkt habe, aber lustig, dass du das erzählt hast, weil ich bin gestern ein bisschen außerhalb Chemnitz unterwegs gewesen, da bin ich an so einem alten Freibad vorbeigefahren. Und da sind wir nachts auch immer eingebrochen und da ist mir auch die Geschichte eingefallen, wie wir da eingebrochen sind nachts, und das ist so ein Drei-Meter-Turm auch. Und alle springen so vom Drei-Meter-Rein, so Kerze, Köpper, und ich so, ha, Leute, was morphe, ich mache ein Salto, noch nie ein Salto vom Dreier gemacht, vom Sprungbrett. Ich mache ein Salto, aber ich mache nicht nur ein Salto, sondern noch so ein Viertel Salto mehr. Ja, das heißt, ich bin so volle Kanne aufs glatte Wasser, und es war auch stockfinster, ich habe das nicht gemerkt, dass ich mich überdrehe, und bin so, wow, batsch, und voll mit dem, ich weiß nicht, es war stockfinster, und dem Moment, wo mein Gesicht... Mit deiner Brille. Ohne Brille, aber dem Moment, wo ich mit meinem Gesicht die glatte Wasseroberfläche berührt habe, wurde es auf einmal übelst hell, und ich dachte so, meine Augen sind geplatzt, das tat richtig weh. Ach, das war so eine richtig dumme Aktion, also ich kann euch immer nur raten, wenn bei sowas, übertreibt es nicht. Ich habe manchmal schon gedacht, dass wir so, dass ich irgendwie so ganz froh bin, durch unsere Jugend und, ich sage mal so, durch unsere Adoleszenz so durchmanövriert zu sein, ohne dass da jetzt größere, ernsthafte Sachen passiert sind. Viel Glück gehabt, also wirklich, ich bin da, da gab es so viele dumme Sachen. Sehr, sehr viele dumme, sehr, sehr viele dumme Sachen, auf jeden Fall. Und dann ist mir auch eingefallen, bei diesem Freibad, von dem ich gerade berichtet habe, da haben wir unter anderem, unter anderem, glaube ich, unser erstes, ich weiß nicht, unser erstes Kraftklub-Konzert gespielt, da waren wir noch als Neoblox und du als Bassboy da, und dann haben wir so drei, vier Songs als Kraftklub da gespielt, weißt du noch, im Freibad, Wittgenstorf. Ja, genau, stimmt, 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 du hast recht, du hast recht, ja, ja, auf jeden Fall. Da war nicht viel los, es hat geregnet. Und Michael Jackson war gerade gestorben, nee, war das so? Nee, das war irgendwie später, nee, das war viel später, nee, doch, nee, Quatsch, nee, doch, das stimmt, doch, Michael Jackson, Michael Jackson, ich habe es gerade verwechselt mit Amy Winehouse. Nee, 2000, wann ist denn er gestorben? Wann ist Michael Jackson gestorben? Nein, nee, 2009. Ja, ja, dann war das, dann... Das kann hinkommen, ja. Ja, da war das diese Zeit, ja. Ey, hier apropos Seen und Gewässer und so, Sommer ist ja auch Urlaubszeit, so, ne? Und ich habe jetzt die ersten kleinen Ausflüge jetzt mal direkt genutzt, nach unserer Festivalsaison, und war Kanufahren im Spreewald. Hast du das schon mal gemacht, Stefan? Ah, nee, im Spreewald nicht, aber ich stelle mir das so richtig malerisch, so mit einer märchenhaften... Übelst! Wälder vor und überall hängen so Spreegurken am Flussrand. Ja, ja, die muss man nur mit dem Mund so... Die verbotene Frucht des Spreewalds. Wir haben uns ab und zu gedacht, wie sich wohl so Amitouristen... Also, weißt du, das ist wirklich so, wie du das quasi malst Europa, also, also, weißt du, so dieses so... Es ist wirklich wie so ein Venedig im Wald. Da hat der Eiffelturm, ah, da hat der schiefe Turm von Pisa. Aber es war wirklich, ähm, es ist wirklich sehr malerisch gewesen. Und, ähm, und gleichzeitig war auch, konnte man auch so ein bisschen in die Natur raus, aber man ist dann auch durch so kleine... Aber ist das echt dort gewesen? Ich kann mir vorstellen, die machen so bestimmte Paddelstrecken, da kommt auch mal irgendwie ein Plastikbaum hin, damit es schön aussieht. Und, ähm, das ist schon alles echt und, ähm, ja, also doch, das ist alles real. Es ist natürlich die Frage, habe ich jetzt gelesen, dass dieses ganze Spreegebiet, ne, auch die Spree innerhalb von Berlins, das ist ja alles oder viel, ist ja, weil diese, ähm, Braunkohlesachen, wo die das Grundwasser abpumpen. Und das wird dann in diesen Spreekreislauf geleitet. Und jetzt, wenn die diesen Kohleabbau einstellen, dann wird auch das Abpumpen des Wassers weniger. Und dann wird nämlich dann, äh, diese ganzen Gewässer in Brandenburg herum und so, das wird alles signifikant weniger Wasser führen. Und man weiß dann auch gar nicht, wie sich das auf dieses ganze Ökosystem aus, auswirkt. Das heißt, der Mensch hat ein Ökosystem geschaffen und wenn er jetzt abhört, das Ökosystem zu zerstören? Genau, also quasi der, der Klimaschutz wirkt sich im ersten Effekt erst, erst mal, äh, vermeintlich so ein bisschen negativ aus auf die, das Ökosystem. Genau, ja, so ein bisschen, kann man jetzt sagen. Aber wer weiß, so tief stecke ich da nicht drin. Heute ist die Spezialsendung Seen, glaube ich, weil ich war letztens auch in Leipzig, ähm, da gibt's ja zahlreiche schöne Seen, der Kostbutner, Zwenkauer See und Stürmtal. Und da dachte ich mir ja auch so, okay, die Seen, die sind ja echt schön. Wichtig, wichtig ist bei den, bei den, bei den Seen, kurzer, kurzer Zwischeneinschub, bei den Seen um Leipzig herum, dass du die immer mit so, mit so I-Spitznamen, also es, ähm. Der Kossi, Stürmi, Stürmi, der Pissi, ähm, genau. Genau, und die Seen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die sind ja auch eigentlich durch massiven Kohlebetrieb entstanden. Also durch Abbau der Braunkohle, die wurde ja abgebaut und dann, wenn das, wenn die fertig waren, hat sich das mit Grundwasser gefüllt. Und so sind doch die Seen entstanden. Also quasi nur, also, ne, wer weiß nicht, wohin ich hinauflaufen will. War nicht alles schlecht. War nicht alles schlecht. Wurden auch Autobahnen gebaut, ne? Ja. Ich war jedenfalls im Spreewald unterwegs und, äh, das ist ja dann so, wie nennt man die, das ist so Brandenburg, äh, Lausitz, so auch diese Dicke so ein bisschen. Niederlausitz wahrscheinlich. Ja, und war, und war dann da auf nem Campingplatz und hat dann, und hat dann so diese, diese, waren so nem richtigen Campingplatz-Kneipe. So wie ich das von früher kannte. Und da ist mir aufgefallen, das ist bestimmt sowas, wenn ich das jetzt sage, dann, 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 irgendwie höre ich mich da schon selber reden, wie so, wie so hier, äh, Felix Lobrecht und sein... Thomas Gottschalk. Äh, hat's so, wie heißt der noch gleich? Tommy Schmidt. Ah, ja. Thomas Gottschalk, genau. Äh, und zwar, ähm, meine Beobachtung ist für mich folgende, dass, dass, äh, die Worcester-Sauce... Worcester-Sauce? Wollt. Die Worcester-Sauce. Worcester-Sauce. Die Worcester-Sauce, die man zum, hier, äh, Würzfleisch. Hm? Ich weiß, ich bin mir gar nicht so sicher, ist, ist, ist so Würzfleisch ein ostdeutsches Ding? Ich glaub, schon ein bisschen, ne? Würzfleisch. Ich weiß gar nicht so genau, ob das Wessi ist, ob die das, ob die das, ob die das so richtig auf dem Schirm haben. Das ist so ein, mit, mit Käse überbackenes Fleisch, mit so einer Bechamel-mäßigen Soße. Mit Sahne. Äh, und, und das, und da ist, essentiell ist dann eben die, die Worcester-Sauce, die Worcester-Sauce. Worcester-Sauce, die kommt oben drauf dann, so als Topping, grand final. Was ich dann so dachte, das ist die deutsche Sojasauce. Das ist das, was, das was quasi, hatten sie ja vorhin mit, ja. Nein, die deutsche Sojasauce ist ja eindeutig Maggi-Fix, also Maggi-Sauce, oder? Ja, okay, das, das klingt wie hier gemischtes Hack, äh, das ich dachte, ja. Aber da ist das, okay, da ist es die ostdeutsche, die ostdeutsche Sojasauce, vielleicht. Ja, aber Worcester-Sauce, Worcester-Dobu, ist das? Kommt das aus dem Osten? Das klingt für mich immer, ich dachte immer, das wäre irgendwas aus UK oder so, weil Worcester-Sauce. Worcester. Ja, aber, ja, das, das stimmt, das klingt, das, das klingt sehr UK-ich. Komm, ich google das mal. Irgendwie auch, die haben es ja auch so ein bisschen mit braunen, mit braunen Soßen. Aber keiner weiß, wie es geschrieben wird. Ähm, aber, aber diese Verbindung Würzfleisch und, und... Oh, die braune Soße wurde ja jetzt abgewählt. Braune Soße ist, die braune Soße ist richtig im Kommen da, sag ich dir. Aber, äh, ist eine klassische englische Würzsoße, die seit dem 28. August ist, die nimmt sehr genau in 1837 vom damaligen Unternehmen, äh, Worcester, in der Grafschaft Worcestershire. Worcestershire, das klingt auch was für den Herr der Ringe. Okay, gib mal dazu DDR einen. Ja, wie haben die die denn aufs Würzfleisch bekommen? Na, vielleicht ist es ja auch Quatsch. Ich meine, wir sind ja alles, wir sind ja, wir sind ja... In der DDR wurde eine Abwandlung von diesem Rezept als Worcestershire-Soße hauptsächlich in Dresden produziert. Die Worcestershire-Soße Dresdner Art war eine liebliche, würzige Variante, die auf Chili verzichtete, dafür aber Apfel-Chilee und Dessertwein enthielt, was man dann halt so hatte. Okay, ja, aber das, ähm, das ergibt total Sinn, weil das ist was, eine totale Core-Memorie auch von mir, auch so von meinen Großeltern und so, dass es, dass es diese Soße gab. Und jetzt würde ich nicht in tausend Jahren auf die Idee kommen, diese Soße zu kaufen. Aber ich hab, ehrlich gesagt, auch kein Maggi bei mir. Nee, Maggi auch nicht, aber, ja, Sojasauce ist, ja, Sojasauce. Also, Originalwürzfleisch ist auch eine DDR-Spezialität. Vollkommen richtig, mal wieder alles hier. Ja. Ey, und dann die zweite Frage, die ich eigentlich hab, Steffen, und dann können wir auch einmal einen Song spielen. Die zweite Frage ist, was ist denn, bitte schön, ohne zu googeln, was ist denn bitte der Unterschied zwischen dem Zoo und dem Tierpark? Hm, ja, die Frage stellt man sich oft. Das, was ich denke oder dachte bisher, ist, dass ein Tierpark einfach so ein bisschen so eine, quasi eine Stufe weiter als so Wildgatter. Das ist einfach so, das sind so mehr oder weniger regionale Tiere, da gibt's dann so Wildschweine und Hasen und so mäßig. Das dachte ich irgendwie, dass das ein Tierpark ist und das ein Tierpark, was den Tierpark unterscheidet von einem Zoo, dass es eben nicht so exotisch ist. Weil mich verschlug's eben im Zuge dieser Reise auch in den Tierpark von Finsterwalde oder so, glaub ich. Ja, irgendwie auch da in der Ecke. Tierpark in Finsterwalde, das klingt so, als würden sich die Einheimischen so als Giraffen verkleiden. Herbert muss wieder auf die Leiter, es kommt Besuch, schnell. Aber jedenfalls, da drin war ich dann relativ überrascht davon, dass dann, also ich hab so einen Steinbock erwartet oder so, eine Ziege, Schafe, sowas. Und dann gab's dann da drin einfach so fucking Känkerus und so, ähm, was gab's denn noch crazy? Affen. Affen, ja. Also die waren schon gut aufgestellt. Ich weiß nicht, was die Unterschiede, vielleicht ist es so. Die waren total gut aufgestellt und da hab ich dann wieder festgestellt, das ist einfach nicht so richtig mein Ding. Ich finde so Tiere, das ist irgendwie was, das, ich hab das Gefühl, ne, das ist auch so, das, das ist, äh, things to be cancelled. So, ich glaube, ich glaube, das ist so was, irgendwann wird mal Leuten auffallen, dass es ganz schön weird ist, so exotische Tiere oder generell Tiere so in so Gefangenschaft zu halten und die so, äh, so anzuglotzen. Dass man so durch so ein Tiergefängnis läuft. Extrem grenzwertig, ja. Und sich das so, und sich das so anguckt und sehen so, äh, lol, guck mal hier, hier gibt's irgendwie Pinguine, die da in Finsterwalde durchs Wasser juchteln. Pinguine, gab's keine Pinguine, aber so in der Art, was egal, gab's auf jeden Fall so Affen und so. Ja. Äh, das hat, das war so, zu Zebras und so, also so ganz weird und falsch, also jetzt nicht, jetzt, 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 jetzt seh ich schon wieder die Leute, die dann hier von, von, von Finsterwalde, ähm, Tierpark hier schreiben. Das hat jetzt nichts mit, mit eurem Tierpark an sich zu tun. Ich bin mir sicher, ihr achtet ganz besonders auf das Tierwohl. Aber, weißt du, was ich meinte, das, das, das hat sich total wrong angefühlt und ich hab auch so, mich dann so ertappt bei dem Gedanke, dass ich so dachte, wenn's Tiere von hier sind, ist es okay. Nee, die, die zu versklaven, so, so, äh, Schafe und Ziegen, die macht das doch nichts aus. Aber, ist ja genauso weird, aber das, aber das wird einem da erst wieder so richtig klar, wenn man das so durchlacht, so, das ist einfach, dass man durch so ein Gefängnis spaziert. Ja, also, so, das ist, ja, das ist nichts anderes als ein Gefängnis. Natürlich, die kümmern sich ja sehr um die Tiere und, aber ich war auch vor nicht so langer Zeit im Berliner Zoo und, äh, da war auch dieses, dieses Affenhaus, da ist man wirklich, also, da, da kriegt man am Ende, gehst du da traurig raus, weil du guckst dir diese Affen an und das ist wirklich einfach nur traurig, wie dann irgendwie tausende von Leuten da einfach nur langlaufen und den Scheiben klopfen, Grimassen ziehen. Und, und, die sitzen da halt, und die sind ja auch, die sind teilweise ja auch 30, 40 Jahre alt, also, okay, die sitzen schon 30, 40 Jahre einfach in dem Ding so und das ist, ist ja nichts anderes als Gefangenschaft. Ist schon, denkt man immer dann so drüber nach und es ist natürlich auch ganz, hier in einem hiesigen Zoo gibt es ja auch so einen Tiger und da läuft immer die gleiche Runde, so eine Acht und die ist schon in den Boden reingetrampelt. Und das ist ja, äh, die, also, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es, dass ein Tiger sich das vorgestellt hat, äh, kann ja nicht mal richtig da rennen oder, also, die ganzen Instinkte fehlen ja auch. Ja, ja, auf jeden Fall, aber man hat so das Gefühl, dass das irgendwie nicht, dass das großartig thematisiert wird, aber ist, aber ich könnte mir so vorstellen, weißt du, so things to be canceled, so, dass das quasi so, so was ist, was man quasi so in, in 20 Jahren, wo dann Leute sagen so, ja, was gemacht mit irgendwelchen, äh, Tieren von anderen Kontinenten, so, äh, und man ist so, ja, ja, das war, das war zu unserer Zeit eben normal, das war da halt einfach so, ja, keine Ahnung, hab ich irgendwie auch nicht hinterfragt, so. Ja, ich, keine Ahnung, vielleicht kann man das wie so einen Gnadenhof machen, so Gnaden, es gibt ja so Gnadenhofe, wo auch so Tiere, die aus Tierproduktion aus Deutschland irgendwie so quasi gerettet werden und die sind ja auch nicht mehr fähig irgendwo, die kannst ja auch, kannst ja nicht Kuh einfach nicht freilassen, in Deutschland geht ja auch nicht. Und dann gibt's dann so Gnadenhofe, vielleicht so Gnadenzoos, wo da ist dann zwar ein Äffchen oder ein Affe, aber auch nur, weil der, der auf die Hilfe angewiesen ist oder sowas und dann, weiß ich nicht, sowas vielleicht. Steffen, willst du mal einen Song spielen? Ich würde einen Song spielen und zwar von der Formation Tropical LTT. Die hab ich auch gesehen bei dem Landstreicher, 10 Jahre Landstreicher-Konzert in Leipzig, was wir, was wir in meiner letzten, in der letzten Folge ja auf, äh, Platz 1. Platz 1. Der, äh, der, der, die, die mit dem Schwung erwartete, Top 5 der, äh, Kraft-Konzerte von uns selbst geratet. Wer nicht wenn wir, kann dieses Ranking erstellen. Die haben neuen Song mit der steilen These, sie behaupten, die Hitze ist heiß und so heißt auch der Song. Äh, und ja, passend zum Sommer natürlich hier für euch Tropical LTT, die Hitze ist heiß. Heiß ist die Hitze, die Hitze ist heiß. Hier sind eure zwei Wälse bei Radio mit K. Ihr hört uns auf Sputnik, Fritz oder im Podcast. YouTube. Stefan, ganz großen Mund. ARD Audiothek. Die Leute in Kanada. Hallo, Kanada. You can listen us on ardaudiothek.de. Ich frage mich immer, wenn die Leute aus Kanada uns schreiben, dass man uns da natieren kann. Dann frage ich mich immer, wie die in the first place uns dann mal gelissen haben. Vielleicht bei einem Auslandsaufenthalt oder so. Über Instagram kennengelernt. Und dann kann ich nicht hören. Da würde ich mal reinhören. Geht nicht. Doch, über die ARD Audiothek, Leute. Steffen, ich sage dir, wie es ist. Mein Portemonnaie ist immer noch nicht wieder da. Ja, ich traue mich ja gar nicht mehr zu fragen. Aber es wird wahrscheinlich auch immer unwahrscheinlicher, je länger es dauert. Ja, ich glaube auch. Ich muss jetzt langsam der Realität ins Auge sehen. Vor allen Dingen steht bei mir im August auch noch ein Auslandsaufenthalt. Ich muss das Land verlassen. Und ich habe zwar meinen Reisepass ja noch, aber muss mich jetzt mal ein bisschen mit dieser Sache beschäftigen, ob ich dann irgendwie Stress kriege an der Grenze, wenn ich meinen Ausweis als gestohlen melde. Und dann einen neuen habe. Und dann mit dem, also weißt du, irgendwie irgendwas klingelt da bei mir im Kopf. Ja, ja, für den. Das war bei Philipp, war das so, wo wir nach Maxi. Der hat seinen Pass als gestohlen gemeldet. Ja, irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Muss man aufpassen. Ah, Mann, das ist ein Erster-Doll. Aber wenn ihr mehr über diese Geschichte erfahren wollt, dann müsst ihr einfach nur zwei, drei Folgen zurückkönnen. Da habe ich ausführlich über mein verlorenes Portemonnaie geredet. Immer noch kein neuer Stand, Leute. Kein neuer Stand. Aber ich kann nur sagen, dass ich diese, generell Portemonnaie, dass ich noch so ein Portemonnaie, auch things to be canceled. Ehrlicherweise. Dass ich noch mit einem Portemonnaie rumlaufe, überhaupt, nervt mich ja schon. Und muss auch sagen, ich habe, das Erste, was ich gesperrt habe, war ja meine Kreditkarte. Und neu beantragt. Und das war auch das Erste, was wieder ging. Das heißt, noch bevor ich irgendwas Kartenmäßiges hatte, ging mein Apple Pay wieder. Es gibt aber auch Google Pay und es gibt auch bestimmt andere Digitalzahlungsmöglichkeiten und so. Aber weißt du, was ich meine? Also ich konnte dann quasi direkt mit meinem Handy wieder bezahlen. Ja. Ach so, wie? Obwohl es gesperrt war. Das wurde dann wieder entsperrt. Nee, du hast so, ach so. Mhm, 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 ja, ja. Also die haben quasi die alte Karte zerschnitten, digital quasi, und mir einfach eine neue. Ich habe ja, das Konto existiert ja trotzdem. Und da habe ich festgestellt, ey, Alter, ohne Scheiß, ich könnte das alles auf mein Wallet hier draufpacken, auf mein Handy, und wäre die Probleme los. Wenn ich dann so ein Handy verliere, im Gegensatz zu den Dingen, die ich ja, weißt du mal, diese Passbilder und diese privaten Sachen, die ich in diesem Portmanais hatte, die sind jetzt möglicherweise lost forever, aber das kann ich mir einfach aus der Wolke wieder runterziehen, auf mein Handy. Ich kann einfach, wenn ich das Handy verliere, wenn es kaputt geht, irgendwas, dann kann ich ein neues Gerät, das wieder draufspielen. Ja. Vom Digital, wie genial ist es denn eigentlich, bitte? Und ja, habe ich es über mich selber geärgert, dass es einfach, dass ich überhaupt noch ein Portmanais besitze. Ja, eigentlich Portmanais war... Ich habe mir wirklich vorgenommen, dass ich diese Ausweis, diese ID, den digitalen Ausweis sozusagen... Damit die immer wissen, wer du bist. Nee, aber ich glaube, das ist auch geil für so Bürgeramtsnervereien. Ich glaube, so ein paar von den Sachen kann man wirklich auch ohne Termin einfach mit diesem digitalen Ausweis irgendwie abschließen. Aber damit müsste man sich halt, ja, damit müsste man sich halt mal beschäftigen. Ja, schon. In der Theorie, aber es gibt viele Ämter, die selber noch gar nicht da so auf dem Stand sind. Das ist irgendwie das total Lustige daran. Ach so, du meinst die Ämter? Ja. Ja, ja, genau. Es sind noch nicht alle Funktionen freigeschalten. Für viele Dinge musst du dann trotzdem noch ins Amt kommen. Aber ein paar gibt es halt. Ja, aber genau. Oder was ist denn, wenn du, ich habe eine Idee, wenn du jetzt irgendwie eine Bank oder irgendwie eine Bank überfällst oder irgendjemand, also so, damit du halt auf jeden Fall eine Verhandlung nach dir eröffnet wird und dann wirst du bundesweit suchen die dich und vielleicht finden die dann den Inhaber deines Portemonnaies, weil der Spuren hinterlassen hat. Wenn ich jetzt Scheiße bauere sozusagen, ja, das stimmt, ist doch die Idee. Dann sollst du das mal überlegen. Ey, apropos Scheiße bauen und Geld. Wir haben doch mal fünf, sechs Folgen, haben wir darüber geredet, dass auf eine ganz weirde Art und Weise über das Portal movie2k.to, damals diese Betreiber, dass die ja quasi festgesetzt wurden und dann dadurch, dass LKA Sachsen zu ganz viel Bitcoin gekommen ist. Und zwar crazy viel. Ja, das ist so 50.000 Bitcoin oder so. Was das LKA Sachsen zum, ich glaube, 16 größten Besitzer von Bitcoin macht. Und jetzt habe ich gelesen, dass die mehr oder weniger heimlich das jetzt angefangen haben zu verkaufen, aber natürlich nicht gecheckt haben, dass das in dieser Bitcoin-Welt, dass man das total schnell mitbekommt. Das ist ja immer noch so eine Community auch so. Und dann ist da quasi der sogenannte Wahl-Deutschland, der eben dieses LKA Sachsen ist, hat man sofort mitbekommen, dass die angefangen haben zu verkaufen. Seitdem ist der Bitcoin-Kurs weiter nach unten gesunken. Das heißt, durch den Verkauf... Verlieren die Wert. Verlieren die Wert. Und das heißt, am Ende verliert quasi das Land Sachsen dadurch auch noch Geld. Das ist einfach crazy. Ja, aber was sollen die denn machen, ne? Irgendwie stelle ich mir das immer so vor, dass da quasi, es wird wahrscheinlich total nicht stimmen, aber irgendwie stelle ich mir immer so vor, dass dann so ein schnauzbärtiger, in die Jahre, also so kurz vor der umstehende LKA-Veramt, dass sich jetzt so in so Bitcoin-Bro-mäßige Finance-Welt eintauchen müssen. Ich stelle mir immer so sächsische Justizbeamte vor, die dann so, ja, was wollen wir jetzt mit diesen 50.000 Bitcoin? Dass die jetzt auf einmal so Finance-Bros sind. Zu Spielwetten abschließen, ja, interessant. Ey, Abschluss der Sendung, Stefan, kann ich noch kurz was erzählen? Ich war beim BeatSings-Konzert. Ich hab dich gesehen, ja. Du warst nämlich auch da, denn mit deiner Formation hast du Vorband gemacht von den BeatSings im IOZ Chemnitz mit Tränen hast du da gespielt. Und da dachte ich, ey, da hat sich voll der Kreis geschlossen irgendwie an dem Abend. Es war so ein Full-Circle-Moment irgendwie. Ja, es war total nostalgisch auch, weil wir ja damals auch von den BeatSings gefragt wurden und wir damals Support gespielt haben und jetzt quasi, dann war, ja. Genau, also wir als Kreislauf waren auch mal Vorgruppe von den BeatSings und das war, glaube ich, schon damals so eine der wichtigeren Sachen, die uns so passiert sind, dass die uns gefragt haben, das war bei deren richtig, richtig, ich glaube, das war die größte Tour, die sie so mitgespielt haben. Und da haben wir so sieben, acht Konzerte Support gespielt. Das war diese Boombox-Tour 2011 oder so. 2011. Und gefühlt sind wir da halt wirklich so wie mit so einem Schleppnetz durchs Publikum gegangen und haben so Fans eingesackt, weil es wirklich so, also wir haben auf jeden Fall dann immer so gemerkt, die darauf folgenden Konzerte, die wir so in den Sommern so auf Festivals gespielt haben, waren gefühlt die Hälfte des Publikums haltet BeatStacks-Shirts an und man wusste so genau, wo die herkommen, die Leute. Und jetzt, Jahre später, sehe ich dich quasi dann wieder Support bei den BeatStacks spielen und dann haben wir oben mal Hallo gesagt und es war ... Hat schon wieder das Schleppnetz dabei, der Junge. Und es war irgendwie so ein ganz schönes Wiedersehen und wir sind ja auch nach den Jahren immer noch so freundschaftlich verbunden. Und die haben ein neues Album rausgebracht. Das Album heißt Please und will ich jetzt auch gleich nochmal einen Song spielen. Und vorher habe ich noch gesagt, ey, Alter, wir haben oben auch, darüber haben wir ja auch immer mal geredet, über so dieses Altern in der Rockmusik oder in Popkultur oder so generell, wie man damit umgeht und so. Und es ist wirklich egal, glaube ich, man muss sich das immer wieder sagen, es ist wirklich egal, ob du nun eine Falte mehr im Gesicht hast oder nicht. Der entscheidende Punkt ist so, wie du selber mit dir so im Reinen bist und wie selber du mit was für einer Confidence dein Ding machst. Weil ich habe die wieder gesehen auf der Bühne und das war so stabil einfach. Das war so voller Confidence und das war irgendwie auch sexy. Und null und null Fatih-mäßig. Oder null, weißt du, das war voll geil einfach. Und hatte den übelsten Druck und war einfach super gut. Ja, die sind auch richtig fresh. Und ja, die haben, also wie die auch die Songs durchballern. Ich denke mir die ganze Zeit so, ey, Arnie, mach doch mal eine Pause. Da wird wirklich kein, zwischen den Songs teilweise einfach, gibt es keine Pausen so. Das war schon, fand ich auch echt krass so. Ja. Weißt du, man sucht ja immer nach so Beispielen und nach so Vorbildern oder nach so Leuten, wo man so denkt, ey, so könnte man dann auch irgendwie damit. Und dann sehe ich, dann sehe ich die so und sehe natürlich auch so Arniem so, wo ich so als Frontmann, so denkt man auch so, okay, Alter, mit 50 will ich auch so sein, gerne, auf jeden Fall. Ja, auf jeden, ey. Also ich, Arniem, auf jeden Fall, das ist ja, und glaube ich, weiß nicht, was ein Geheimnis ist, auch Kinderblut oder. Mit Welsen-Wrestling, auf jeden Fall. Wollte noch sagen, in Bautzen und in Chemnitz waren wir Support und generell, die Show war auf jeden Fall total nostalgisch, auch die ganzen alten Songs, sondern man war auf jeden Fall so total wieder, wo wir damals Support waren, halt die Zeit zurückgefallen und da kam auch noch, kam so ein Typ, wo ich ein Konzert angeguckt habe, zu mir, im Publikum, mal so, ey, ich war damals auch schon dabei, wo wir Support waren, kennst du mich noch? Ich habe damals bei euch auf der Bühne ein Bier geäxt. Was? 2011. Und ich war so, was? What the fuck? Keine Ahnung. Und der meinte das so, da kennst du mich noch? Und ich so, nein, ich habe damals 2011 ein Bier geäxt bei euch auf der Bühne. Keine Ahnung. Was? Aber ja, stabiler Typ auch, immer noch dabei. Das war total absurd. Na dann, liebe Grüße, unbekannterweise, an den Kollegen, der Bier bei uns auf der Bühne geäxt hat. Und liebe Grüße an die Beatsteaks. Genau, und ich würde jetzt mal einen Song von dem neuen Album Please spielen und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Steffen, hier bei Radio mit K. Das ist ein alter Frischer. Bis dahin, Leute, geht mal schön, in so einen schön trüben See. Einfach mal rein, einfach mal rein. Geht mal angeln und angeln mal die ganzen scheiß Wälze da raus, ey. Das ist ja furchtbar. Genau, also Gefangenschaft für Tiere nicht cool, aber die Wälze könnt ihr gerne, die könnt ihr gerne, vielleicht könnte man so einen Austausch machen. Das war einfach, die Wälze, die Wälze, nee, wie heißt man das? Nee, ja, egal, die Wälze können, ich finde auch Wälze sind gruselig. Die sollen, die sollen woanders hingehen. Die können gerne nach Australien, da können, jetzt Kängurus, bitte nach Australien zurück und dann können die Wälze auch mitgehen. Kommt wahrscheinlich nicht da gerne. Wälze sind irgendwie so, aber irgendwie, das sind so richtige Dinos, die ich, irgendwie Wälze, irgendwie finde ich, es sind Wälze mehr ein Krokodil als ein Fisch in meinem Kopf, weißt du? Also so, die sind irgendwie näher an der Krokodilfamilie dran als an einer Forelle. Das ist so dieser Fisch, der vor 10 Millionen Jahren nicht aus dem Wasser gekrochen ist. Der gesagt, nee, ich bleib drin, ey, ich geh da nicht raus. Ich bin nicht so dumm, ich bleib hier, macht mal schön. Ich bleib. Das ist eine geile Vorstellung, dass so vor 10 Millionen Jahren dann so, dass dann so Fische gesagt haben, so, ja, ja, ich finde auch, das klingt interessanter, aber macht ihr mal, macht ihr mal, sagt mir dann Bescheid, wie es ist, so, ich bleib hier, ich bleib hier erst mal drin, wie ist das hier unten, wie ist das da oben, das ist mir ein bisschen zu, das ist mir ein bisschen zu, zu crazy irgendwie, ihr mit euren Mädchen auf dem Land und dann mit den Flossen, ich weiß ja nicht so, ich fühle mich da nicht so richtig wohl, ich weiß ja nicht, da gibt ja kaum Luft, das ist irgendwie alles so weird, irgendwie, ich bleib hier unten im Wasser, macht ihr mal euer Ding. Und jetzt machen die, jetzt machen die Podcasts und sowas, was haben die jetzt davon. Steffen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, pass auf dich auf und bis, passt auch auf euch auf, Leute. Immer schön mindestens 400 Meter Schnur an der Angel haben, für den Fall, dass ihr statt einem Kaufen einfach fucking Wels dran habt, der 2,17 Meter, Alter, fast zur Hölle. Unglaublich. Gut, dann, ähm, Worcestersauce auf euch, auf Ex. Wir sind da auf, ich hab auf der Beats der Ex-Bühne, da hab ich die Worcestersauce auf Ex getroffen wieder. Ich hab so geäxtet. Schaui. Tschüss.